Hey Leute, heute sind wir mal in On4Grafting Ja, das Spiel habe ich mir jetzt mal geholt, ich weiß gar nicht um was es geht Ich habe bloß irgendwas von Horror gelesen, dass es gruselig sein soll Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielen wir das doch mal an Ja, weil dann, jetzt hat das Video kommt ja im Dezember Und daher, dass im Dezember eh jeden Tag drei Videos kommen Ja, werde ich das jetzt auch öfters mal spielen Und ja, ich habe es gerade mal eingestellt, die Sprache und so Das ist auf Deutsch ist und Audio und Qualität natürlich ganz oben Und ja, mal schauen, wie das so ist Kleiner Hinweis, das Symbol rechts unten bedeutet laden oder speichern, wie ich gerade gelesen habe Und jetzt, ich habe es dann natürlich noch einmal um Und jetzt, ihr könnt ja auch kurz taxen, wie ihr könnt also Und jetzt, ihr könnt, wie ihr habt, wer habt Also, ihr könnt, wie ihr habt, wer habt, wer hat Und jetzt, ihr könnt, wie ihr habt, wer hat Hey, ein bisschen von Steppen. Okay. Müsst mal ein wenig leise machen Leute, dass ihr mich lauter hört als wir das Game, machen wir mal auf 40%, dann müssten wir eigentlich auch noch was hören oder 30, ja, so. Ähm, fortsetzen. Äh, okay. Okay, wir fangen gerade Auto. Ja, ich fühle mich eigentlich nicht um, was ich sage. Ja, ich habe keine Ahnung, aber nichts muss ich machen. Wie ich gesagt habe, nichts muss ich machen. Ich kann es fortsetzen. Komm, wir freidig. Ja. Ja. Nav hast du keine Tag er damit? Ja, ein Strategion Better. Ja, ja, du darfst ja. Ja, ja, du darfst ja. Ja, du darfst ja. Jag fragst ja, du darfst ja. Ja. Jag hopper ner dir ein Tag. Ja. Ja, ich komme. Wir sehen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Was haben wir? Okay Okay Schön anfang Dann können wir irgendwie umschauen Mhm Okay Vafan Vad i helvete Gjorde du det där för Du har kraschat min bil Jag Alltså Vad fan håller du på med Jag kan inte fatta Du fucking kidnappade mig Kidnappade Lucas Vad fan är det du håller på med Vi var på väg Mot stugan Okej Du hade inte följt med om du visste varför vi skulle dit Och varför inte då För att du När får du att du har ett problem Är du Är du Helt seriös Ja Jag har ett problem Du är mitt problem Det här är mitt problem Att vara fast i en skog Mitt ute i ingenstans Med mitt idiot till brorsa Det är mitt jävla problem Jag ville bara hjälpa dig men Du Och din jävla hjälp Kan ta och dra åt helvete Lucas Kack Skatt 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 Ok Also wolltet er uns entführen der schlawiner jetzt gehe ich mit dem noch los sonder deine hand ist eine flasche habe ich irgendwo nicht und leute ich spiele es auf dem pc also ich spiele es mit tastatur bist du jetzt att die baum ich hoffe man hört meine tasten nicht so laut und da habe ich manchmal probleme wenn ich mir ein pc aufnehmen aber ich könnte schwören option wo ich es mal gekauft habe dachte ich hätte das das spiel auf deutsch wäre nicht auf englisch nur mit unterzitteln bild empfindlichkeit aber das ist cool mit der pause wenn man poste durch das da das gleich viel gestellt wird oder dumpf besser gesagt gut herabitiden wo sind ok jetzt herunter müssen wir jetzt wieder hin schmeißt den baum um richtig leute ich hoffe ihr seht auch was bei so einer dunkelheit kann da irgendwie auch in der grafik das hochstellen dass ihr auch was seht ich möchte umgehen dass ich da allein was sie also ich soll dann helfen so gehen wir die 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 ich kann gar nicht zurückschauen aber jetzt wird es gespeichert kommen jetzt hat werde ich sterben das war die leute ist nicht nur bei euch so dunkel ist dann auch bei mir ja auch sehr wenig leute falls sie noch andere spiele habt wo ich mal spielen sollte sagt es mir einfach dann werde ich mal überlegen im dezember werde ich ja einige spiele denn ich habe mich Oh, du Peck. Oh, du Peck. ihn verstehen wo ist er jetzt wieder hin klopfen der läuft immer davon okay bleibt hier schiss verschwinde darf nicht langsamer verschwinden alle was jetzt lauten das für den haus damals wert wohl die hölzer so umgelegt ich weiß ja nicht vielleicht ist hier etwas vielleicht die buch vorhin geschrien hat Nun wäre er glade, dass du auf alle deiner Skaltläger. Ja, ich werde glade, wenn wir aus den Skogen kommen. Aber was? Hä? Vielleicht habe ich mich verschaut. Das ist nix. ich habe gerade den text und gelesen auf einmal die ganze schleichen aber ich sehe nicht die musik wird immer lauter er ja im moment kommt was von der bohr gar nix und sonst haben wir angst gehabt ich halte das lange du bist zuerst okay vielen dank ladies first So wie jetzt der Hunde hüpfen muss. Ist der auch bei mir oben? Was ist denn das für ein Viech? Im Lauf jetzt. Wo darf ich den Lampen? Was ist denn? Er weiß nicht wo lang, oder? Oh, Wölfe. Hey, da kommt doch was. Ob der jetzt ja zu laut war. Ah, die Musik kommt wieder, ja. Komm jetzt, ich möchte mal, ich möchte mal erschrecken. Aha. Und jetzt? Gehen wir zurück? Nein. Wir wollen. Wälder. Da. Hier. Hier ist der Träger. Wir suchen einen Schick. Wälder. Was hat er die ganze Zeit mit seinen Bäumen? Der wirft einfach... Ja, klar. Der wirft einfach alle um. Ja, ich muss hier wieder helfen. Doch nicht. Ach doch. Ich muss weiter gehen und jetzt in der Finsternis. Oh Gott, oh Gott. Ich werde dich nie vermissen, du Entführer. Wo ist er jetzt da lang? Da lang. Ich renne mal lieber. Ich möchte ja keinen entdecken, du. Ich sehe fast gar nicht, ich muss nach oben schauen. Licht. Ja, das ist es. Lukas! Ich kann nicht mehr fliegen. Das ist aber kein Englisch. Nein, aber es gab keinen Weg da. Ich muss hier weiter gehen. Das ist kein Englisch. Das ist... Das ist französisch, oder? Keine Ahnung. Komm, ich spring gleich da rein und rette dich. Ich hab' nicht aufgepasst, was soll ich machen? Ich bin zwar nicht nahe streng, oder? Selbstmord! Oh. Das ist echt nicht rein. Okay, gut. Schau mal an die gute Nachricht. Die verschwindet. Tschüss. Ich muss einfach die E-C-Hilokon sehen. Ich bin einfach in die Luft. Ich bin einfach in die Luft. so so ist er von mir drüben kann ich drüber hinter mir sagen wir auch nichts da war noch nicht oder muss immer dem fluss folgen leute er speichert warum soll jetzt runter gehen ist da was wenn dann ist und was steht da wird schon gestorben bin ja aber leute für die erste folge erreicht auf jeden fall ja ich bin zwar gestorben aber leute wenn ihr jetzt noch ein teil wollt dann schreibt es einfach mal in die kommentare hashtag weiter oder gibt einfach ein daumen nach oben natürlich auch ja also leute das wäre es mit ihm gewesen und leute